Regenfasspumpen sind Vorrichtungen, die verwendet werden, um Regenwasser von Regenfässern oder Regentonnen effizient zu fördern. Diese Pumpen spielen eine wichtige Rolle bei der Wassernutzung in privaten Haushalten und Gärten, da sie es ermöglichen, gesammeltes Regenwasser für Bewässerungszwecke zu nutzen. Durch die Nutzung von Regenfasspumpen kann nicht nur kostbares Trinkwasser gespart, sondern auch die Umweltbelastung verringert werden. Diese Pumpen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter manuelle Pumpen und elektrisch betriebene Pumpen, um den Bedürfnissen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Regenfasspumpen. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Grafner Regenfasspumpe. Mit dieser innovativen Regenfasstauchpumpe der Marke Grafner ist es einfach und schnell möglich, gesammeltes Regenwasser umzupumpen, zu verteilen oder für Bewässerungszwecke zu nutzen. Das nährstoffreiche Regenwasser kann so kostengünstig zur Bewässerung Ihrer Pflanzen eingesetzt werden. Ihre Pflanzen und Ihr Geldbeutel werden Ihnen dafür danken. Dank Ihrer umfangreichen Ausstattung, wie dem höhenverstellbaren Steigrohr aus Aluminium, dem flexiblen Schwanenhals, dem einstellbaren Schwimmschalter, dem Fassrandhalter und dem 1-2-Klickanschluss mit Regulierventil, ist die Pumpe schnell einsatzbereit. Diese Regenfasstauchpumpe der Marke Grafner arbeitet mit einer Leistung von 400 Watt und einer Fördermenge von bis zu 5200 LH, um optimale und zügige Ergebnisse zu erzielen. Sie eignet sich ideal für die Förderung von klarem Wasser oder leicht verschmutztem Wasser aus Regentonnen. Das höhenverstellbare Aluminiumrohr mit flexiblem Schwanenhals kann von 63 cm bis 91 cm verlängert werden, um flache oder tiefere Fässer oder Zisternen abzudecken. Der integrierte 1-Halb-Klickanschluss mit Regulierventil ermöglicht eine schnelle Verbindung mit Ihren Gartenschläuchen. Der spezielle Standfuß mit eingebautem Feinfilter schützt die Pumpe, ist abnehmbar und leicht zu reinigen. Hier ist der Punkt Nummer 4, Güderregenfasstauchpumpe. Die hochleistungsfähige Tauchpumpe GFP5201 für Regenfässer ist besonders geeignet für tiefe Wasserbereiche wie Regentonnen, dank der beigefügten Verlängerungsrohre. Mit einer Förderhöhe von bis zu 11 m und einer Eintauchtiefe von 7 m deckt sie sämtliche ihrer Pumpbedürfnisse ab. Die Pumpe ist mit einem 1000 cm langen Anschlusskabel ausgestattet, das den Motor mit einer Netzspannung von 230 Volt bei 50 Hertz versorgt. Dadurch wird eine Motorleistung von 350 Watt gewährleistet, mit der bis zu 5200 LH bewegt werden können. Sie ist für Wasser mit einer Temperatur von maximal 35 Grad Celsius ausgelegt und kann Korngrößen von bis zu 3 mm problemlos bewältigen. Der Punkt Nummer 3, Kärcherfasspumpe BP1Bärrel. Die Fasspumpe BP1Bärrel erweist sich als ausgezeichneter Ersatz für herkömmliche Gießkannen. Sie vereinfacht die Bewässerung und macht das mühsame Tragen schwerer Kannen überflüssig. Dabei profitiert nicht nur der Rücken, sondern auch der Geldbeutel wird geschont. Durch die Nutzung von kostenlosem, nährstoffreichem Regenwasser aus der Regentonne wird kostbares Trinkwasser eingespart. Die innovative Befestigung am Fassrand gewährleistet einen sicheren Halt und sorgt für effiziente Gartenbewässerung, die sich auszahlt. Zusätzlich ist an der Fassrandhalterung ein integrierter Schalter angebracht, mit dem die Pumpe einfach und energieeffizient ein- und ausgeschaltet werden kann. Der Schwimmerschalter im Wasser reguliert die Pumpenaktivität entsprechend dem Wasserstand und schützt vor Trockenlauf. Mithilfe des flexiblen Schlauchs an der Fassrandbefestigung lässt sich die Pumpe individuell an jede Fasshöhe anpassen. Nummer 2 in unserer Liste, Einhell-Akkutauchdruck-Regenfasspumpe. Die Akku-Klarwasserpumpe GEPP18R-B-Lisolo stellt ein leistungsstarkes vielseitiges Werkzeug dar. Sie erweist sich beispielsweise als zuverlässige Lösung für Regenfasspumpen in Regenwassersammelbehältern. Nicht allein auf Regenfässer beschränkt, kann die Akku-Klarwasserpumpe GEPP18R-B-Lisolo dank ihres 5 Meter langen Kabels auch effektiv als Tauchpumpe in Zisternen oder Brunnen verwendet werden. Durch die separate Batteriebox, die mit einem Tragegriff und einer Wandhalterung ausgestattet ist, wird der Power Exchange Akku optimal geschützt und die Pumpe kann äußerst flexibel eingesetzt werden. Die integrierte Kabelaufwicklung am Gehäuse der Batteriebox ermöglicht es, das 5 Meter lange Verbindungskabel einfach und ordentlich zu verstauen. Mithilfe des flexiblen Schwanenhalses können sowohl handelsübliche Gartenschläuche angeschlossen als auch Gießkannen bequem direkt befüllt werden. Das hochwertige Pumpengehäuse und die separate Batteriebox bestehen aus widerstandsfähigem und stoßfestem Kunststoff. Die Nummer 1 in unserer Liste, Gardena-Regenfasspumpe. Die Gardena-Regenfasspumpe 4001 hilft Ihnen dabei, Wasser zu sparen und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Sie ermöglicht die Nutzung gesammelten Regenwassers zur Bewässerung Ihres Gartens, ohne dass Sie mühsam Gießkannen schleppen müssen. Hergestellt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff, ist dieses Modell vielseitig einsetzbar. Egal, ob Sie Ihre Gießkannen auffüllen oder Bewässerungsdösen verwenden möchten, diese Pumpe ist der perfekte Begleiter. Die Gardena-Regenfasspumpe 4001 ist eine kostengünstige Wasserpumpe mittlerer Leistung, die sich ideal für verschiedene Pumparbeiten im Garten eignet, sei es das Abpumpen aus Regenfässern oder anderweitige Anwendungen. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Regenfasspumpen unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Abpumpen zu erhalten.